Ich muss meinen Skill aktivieren, ich habe keine andere Wahl. Okay, ihr habt mich dazu gezwungen. So, jetzt machen wir Deagle-only-Gameplay hier. Wir müssen ja planen. Wer hat die Bombe? Ich. Oh nein, wir sind verloren. Der Schwaber hat die Bombe. Ich bin zu sparsam. A, B, C, D. Wohin, Leute? Alle nach B. Aber Hauptsache, mehr Buchstaben. Ich finde es ein bisschen dämlich, dass man so in den Teammitgliedern immer so hängen bleibt und dann ruckelt das Ganze so, weißt du? Oh, bei B im Tunnel war direkt einer. Achtung. Der hat mit der Duel geschossen, ey. Oh, da ist die Waffe. Guck mal, die Deagle, die ist hierher geflogen durch die Granate. Wie nett. Ich wollte es hier Deagle holen. Tja, danke an das hierher. Wir hatten der geschossen. Ja, kein Problem. Ja, hilf mir mal. Was ist denn Deagle? Die Prezi ist hier wahrscheinlich... Was ist das für ein Tier? Was ist das hier für ein Tier? Also der haut ja alle mit einem Schuss um, ey. Der hat auch letzte Runde schon so gut gezielt. So verdächtig gut gezielt? Verdammt gut gezielt. Wir wollen jetzt mal niemanden hier verdächtigen. Ja, wir müssen auf den Tunnel links aufpassen. Wir gehen alle nach A. Alle nach A. Okay. Aggressiv nach A. Äh, lang. Wir gehen da über die... Da wird uns ein MP5 entgegenkommen. Da wird ein gehende Seite entlang. Ja, die Seite ist aber kurz. Wir holen uns alle weg. Alle haben uns weggeholt. Wie jetzt? Ja, wir sind alle tot. Die Wacken da. Fuck! Wir sind voll panisch jetzt hier, ey. Was soll man denn da sein? Irgendwie war das jetzt voll der Fail, ey. Aber wir sind auch wie die, wie die, äh, hier so schwarzen rumgelaufen, ja. Wir hatten Skill ohne Ende. Wir hätten die Zielscheiben doch abnehmen sollen. Ich hab euch gesagt, das ist zu viel. War ihr so... Verdammt. So, Bombe geht vor. Wer hat die Bombe? Ich hab die Bombe, aber ich bin ganz hinten gespawnt. Ich glaub, irgendwie die Taktik war nicht so toll, oder? Wer hat's gesagt? Ich meinte eigentlich den, den anderen Weg da. Ja, jetzt ist es kurz. Natürlich hier. Also jetzt ist es bei mir frei. Ich bin hinter dir. No homo. Boah! Ey, wie macht der das? Schau mal, gleich zwei Headshots. Was geht denn da euch ab? Ja, wie macht der das? In der Kugel geheadshotet. Also sei mir nicht, sei mir nicht böse, aber das ist doch echt unmöglich, ey. Wie geht denn das bitte? Ich bin um die Ecke gelaufen und war sofort tot. 0,0 Reaktionszert. Alter, da kommen gleich zwei Granaten. Mich hat er wiederbelebt getötet. Wiederbelebt. Um mich dann zu töten. Das sind die besten Runden, sowas. Wir müssen mal schreiben hier in den Chat, ob die mal rausgehen können. Nein. So geht's ja nicht. Wir sind viel zu schlecht. Wir gehen jetzt alle zu B. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Generalplan. Oh je. Okay. B ist das mit den zwei Kreisen, ne? Also so. Dem geraden Strich. Ah ja, das da, da ist das B, ne? Hier, das da. Das ist ein B, genau. Ah, okay. Das muss man jetzt dem nachfolgen, dem Strich hier, ne? Genau. Also pass mal auf links auf. Ich glaub, die kommen da links. Oh, Treppe. Das kann's doch nicht sein. Ich bin immer sofort tot. Warte, 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 warte. Die kommen gleich. Die müssen jetzt in der Zeit von der Base. Guckt auch einer nach links? Ja, lass uns zu B gehen. Ich bin immer noch bei B. Oh, ich bin geflasht. Ich brauch mein Team bei B. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Ich weiß zwar, wer das war. Ich seh die nicht. Aber die laufen unten rum. Ey, komm. Oh, komm. Ist das krass. Das ist schon wieder der. Ey, wie die abgehen. Der schießt immer in den Kopf, der Typ. Guck dir das mal an. Dieser N, C, Q, irgendwas. Der schießt immer in den Kopf. Der hat doch an. Ja, nicht nur ne Hose, ey. Also ich zerfe den ersten Stein. Buh. Ja, B. Das hat ja jetzt besser geklappt wie vorhin, weil wir haben wenigstens ein bisschen länger überlebt, oder? Ich bin nur um die Ecke gegangen. Ich war sofort tot. Bombe. Rechts dann über der Treppe sind die wieder. Ja, ja, immer. Jetzt zwar. Obwohl, es bringt ja null. Ja, eben. Oh, komm, Leute. Schon wieder geflasht. Weißer Bildschirm ist ja schlimmer wie im Himmel hier. Ich werfe auch ne Flash. Vorsicht. Guck mal, ey. Das ist immer mich. Da war ich doch drauf. Das gibt's ja nicht. Und dieser Typ hat mich schon wieder getötet. Der nervt. Ich mag den nicht. Guck mal, wie die uns abfarmen. Das gibt's ja gar nicht. Na, aber jetzt ist der Meister da. Ich glaube, nie bei mir ist einer, oder? Hast du eigentlich deinen Schlafsack mitgenommen? Ja. Ich mein, so ein kleines Lagerfeuer will jetzt auch nicht verkehren. Ich hab meinen Portable Campsites aus Skyrim importiert. Ah ja, wunderbar. Ich glaube, ich muss mal das Team switchen hier. Wird sonst nix. Nur Noobs im Team, ehrlich. Warte, 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 jetzt wird's spannend. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich hab kein Papier dabei. Oh, oh. Ich hör Leute kommen. Ja, ich hör's auch. Von links kommen sie. Ich glaub zwei oder drei auf einmal. Dauerfeuer! Dauerfeuer. Nein, warte, 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 warte. Jetzt! Ah! Der wusste genau, dass du da sitzt, ey. Der hat auch an. Nach 30 Sekunden hat er den ersten Gegner gekillt. Wow. Ja. Kranke Scheiße. Ich glaub, wir spielen das einfach zu selten. Jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung. Gehen wir mal nach A. Über den langen Weg. Wir gehen einfach mal zu einem ganz anderen Buchstaben, den es gar nicht gibt. Also meinst du zu... Da waren wieder welche. Ich hab's hier gesehen. Da unten laufen die entlang. Und da kam irgendwas nach oben geflogen. Nennt man Smoke. Stirb! Warte, ich blende irgendwas doch. Und? Oh, jetzt hast du mich geblendet. WTF! Oh, da unten bei der Treppe sitzen die alle. Da unten von A lang. Ich bin nur gestorben bis jetzt. Ich hab nicht einen erwischt. Aber ihr holt jetzt grad gut weg. Also jetzt könnt ihr jetzt noch schreien. Ich bin schon wieder geblendet. Einer ist noch unten in dem Gang gewesen, ne? Ja, dann los. Ich glaub, ich schieß lieber mit der Pistole. Mit der hab ich gerade jemanden getroffen, wenigstens. Ich glaub, der kommt jetzt aber hinten rum. Ich glaub, der ist so klug. Boah, wer schießt denn da schon wieder auf mich? Da unten ist der, glaub ich. Ja, ich hab ihn! Nein! Und ich bin schon wieder geblendet. Verdammt! Hau ab, der. Wir müssen jetzt gewinnen, aber. Nein! Hinter uns, hinter uns. Der kam wirklich von hinten. Der läuft jetzt auf A. Also läuft den Gang, wo ich gerade war. Ich bin bei B. Wo warst du? Warte mal, ich kann mal auf einen switchen, der da war. Also ich glaub, beim Schwaben in der Nähe ist er. Ja, ich hab ihn schon gehört. Ah ne, der geht kurz, verdammt. Oh, er ist bei der Bombe oben. Ja, ist egal, der muss hier vorkommen. Der steht oben bei der Bombe und defused, oder? Schicker! Kann er nicht, er kann nicht defusen. Wieso, wo liegt denn die Bombe? Die liegt genau in der Ecke, ich muss einfach nur warten. Na! Baller nochmal mit deinem scheiß Sniper da. Alles klar, dann. Er kann nicht mehr. Er geht weg. Ja, schön. Immerhin, endlich. Jetzt drehen wir die ganze Geschichte noch. Jawohl, Leute! Best Nights gestorben. So hat die Bombe noch gestorben. Kollektiv. Wenigstens haben wir jetzt mal was getroffen, ey. Glaub's ja gar nicht. Wo gehen wir hin, nach B? Ja, wir machen das gleiche wieder, hätte ich gesagt, oder? Das war doch jetzt ganz erfolgreich, hier durch diese Mitte laufen, weil dann sieht man wenigstens, wo die alle herkommen. Und dann kannst du alle einfach abschießen. Da, oh, okay, schlechte Idee. Ganz schlecht. Der Schreiber steht schlecht, muss ich zweimal machen. Das darf man nie machen. Ja, das ist richtig. Hab ihn. Ich gehe nach A über den kurzen Weg. Das war jetzt blöd. Ich bin bei dir, Fuzzi. Okay. Oh, Kies. Ich bin hinter dir, Marv. Wuhu. Okay. Fleißiges Geschieße, Leute. Leute, schafft das. Bin fast tot. Von hinten. Ah, die kommen auch über A kurz. Zwei Stück. So, jetzt defenden. Ich halte dir die Stellung. Wow, wow, wow. Wow, während meine Granate geflogen ist, hat er mich noch erwischt. Aber der hat quasi keine Lebenspunkte mehr. Rechts, rechts, rechts hinter der Kiste. Da rechts, genau dahinter. Oh, saugus. Schönes Ding. Richtig gut. No Scope. Sauber. Das war richtig gut. Hast du das gesehen, wie er ihn voll in die Fresse geschossen hat? Allerdings. Aus der Hüfte, ey. Mit den Zähnen gefangen. Aber der ist nicht in Skype, oder? Doch, doch. Doch, doch. Ach so. Der Dalukat haut die alle um. Der konzentriert sich, Alter. Das ist einzig schon. Und wir labern nur blöd rum. Wir spielen auch Entertainer. Keine Profis. Das muss man dazu mal sagen. Ich baller da jetzt einfach mal in den Gang da sinnfrei rein. Vielleicht treffe ich ja irgendjemanden außer meinen eigenen... Nein, das warst du nicht. Das warst du nicht. So. Ich bin hinter dir. Von unten. Die kam von unten aus der Base. Ich bin hinter dir. No homo. Wartung von hinten. Da kommt es zu. So. Da oben ist einer. Pass auf. Ja, ist den. Das ist einer von uns, oder? Hinter der Kiste, Marv. Lente ist raus. Hey, wie trifft der mich dann? Ich habe mich noch wegdrehen können. Ist blind. So, erledigt. In der Luft, ey. Von hinten wieder kurz. Boah. Ist er ja down? Nee, da unten ist bei A noch einer. Ist von rechts? Ach, komm. Wie ihr euch alle weggeholt. Nicht Dauerfeuer, nicht euer Feuer. Äh. Wo war denn der bitte? Oben war, glaube ich, auch noch einer, oder? Wo war denn jetzt der bitte? Der war schon drauf, auf dem Spot. Weil der uns ja getötet hatte. Jetzt aber, lass uns gewinnen. Ich bin zu kalt. Ich muss mir eine Waffe leisten. Äh, ich auch. Das wird echt verdammt. Ich muss auf was Billiges gräfen, ja. Ich renne jetzt mit der Duel Barretta rum. Ich renne mit einer dämlichen Mac rum. 14 zu 9 ist eigentlich irgendwie nicht so toll. Was wird noch? Oh mein Gott. Ich hab so das Gefühl, dass die gut die fänden. Irgendwie. Achtung. War lang, kommen sie alle. Ah, schön, Dinge zu tun. So, der Cheater. Ach, mach, mach. Boah, sorry, aber ich musste dich erschießen. Du scheiß Glatt noch. Ich musste dich erschießen. Einer ist noch in den Tunneln. Katakomben. Ist er da noch? Ey. Mann. Musst du mich so erschrecken? Der Letzte ist auf A drauf. Er steht bei A kurz. Kommt ein Titz sogar kurz zurück. Also durch die Mitte wird er kommen. Direkt rechts von dir war einer. Ja. Wir haben ja doch eine vernünftige Waffe. Da liegen so viele bessere Waffen rum. Na, die hier nicht. Die auch nicht. Aber die hier. Und jetzt renn. Und triff. Tu es. Volle Konzentration. Jetzt muss es klappen. Gegen den du spielst, der ist ein absoluter Noob. Der ist so schlecht fähig. Ja, aber das heißt nichts. Der trifft auch mal was. Und genau im richtigen Augenblick trifft er was. Nein. So. Tu es. Da kannst du nicht legen. Er kommt. Ach du, er kommt. Er kommt. Wechsel, wechsel. Warum nimmst du denn? Oh. Oh. Ah, ich bin im Spass. Bis jetzt. Ich bin wieder drin. Oh, ich bin rausgeflogen. Das ist so eine Kacke. Ich habe den Chat geöffnet. Im wichtigsten Augenblick meines Lebens. Die hätte ich so schön wegholen können. Ich hatte alles da. Ah, du warst auch perfekt hinter den Apfelsinenkisten. Er hat auch vor allem wenig gebraucht, bis ich wieder reingetappt bin. Vor allem, wie er sagt, dass es Apfelsinenkisten sind. Da achtet doch kein Mensch drauf. Natürlich, ich schon. Steht es da drauf oder was? Ja. Arabischer. Oh, drei Stück. Stirbt. Also einen habe ich. Du hast einen Bot gekillt. Und noch einen. Immer in die Mitte kommt einer. Er kommt allang von hinten. Also er wird hinter euch jetzt kommen. Das geht ab. Nein, ich treffe nichts. Hat er dich? Der hat doch eigentlich keine Lebenspunkte mehr, der Maru, oder was? Ich muss jetzt unbedingt mal chatten auf eine andere Taste legen, glaube ich. Wo ist der hingelaufen, Marv? Zu B zurück? B, der ist direkt auf B. Ah, nicht ganz. Ach so, jetzt bei der Tür. Wie macht er das? Wie macht er das? Ein Schuss. Ja, du warst aber auch schon ein bisschen angeschlagen. Ja, aber nur ein bisschen. Und der Marv hat doch gesagt, der hat ihn voll angeballert. Geh von oben, Putzi. Geh von oben. Geh von oben. Nein, geh von oben. Ja. Der sitzt nicht da unten. Geh doch nicht von oben. Nein, Quatsch. Was? Nein, nein, okay, mach was du willst. Nicht springen. Aber denk dran, du darfst keine Geräusche haben. Der ist unter dir, glaube ich. Direkt unten, ja. Spring auf seinen Kopf. Spring auf seinen Kopf. Ach so, von da. Nein, super schön. Alle machen ihm Angst. Ich glaube, er ist im Tunnel. Versteck dich hinter den Apelsinenkisten. Guck, das sind Apelsinenkisten. Nein, deutlich. Guck hier. Guck, genau hier. Siehst du das? Das ist doch keine Apelsine, das sind Orangen. Das ist eine Apelsine. Sauer. Jawohl. Er hat voll daneben geschossen. Ich glaub's nicht, jedes Mal, wenn ich drauf bin, ey. Das ist so geil. Leute, wenn ihr die Aufnahme seht, ihr müsst es euch anschauen. Der hat immer daneben geschossen. Jedes Mal. Du könntest auch bei mir direkt sehen. Oder bei mir. Wenn ihr die Aufnahme seht, ihr müsst es euch anschauen. Während ihr euch das anschauen. Logik. Auf YouTube muss man sowas schon sagen, dass man sich das anschauen kann. Jetzt pass mal auf. Achtung, ich schmeiß mal hier eine Granate drüber, ob das sinnvoll ist. Nee. Einer ist wieder in den Katakomben auf Bär. Du kannst dich so drüber werfen. Das funktioniert nicht. Das ist abgegrenzt. Echt? Hm. Nee, nee, das geht nicht. Oh. Ich hab mir Blende reingeboren. Da ist noch einer. Holt ihr den? Wo sitzt denn der? Rechts um die Ecke. Rent nicht alle hin. Ich hab ihn schon, oder? Ja, ich hab ihn. Oh, schon. Das ist so, wenn man keine EP dafür bekommt, dann denkt man irgendwie, man hat ihn nicht getroffen. Oh fuck, wie hat er dich denn weggeholt? Keine Ahnung, der sitzt da und kämmt. Ich hab nur noch 6%. 6% HP. Oh. Hast du mich erschreckt, ey. Nee, Mann. Das gibt's doch nicht. Dass die Leute immer, man sieht ja immer, wenn er einen killt, wie viele Lebenspunkte der noch hatte. Und der hatte quasi keine mehr. Hey, hey, hey. Nein, nein, das siehst du nicht. Das ist ausgestellt. Bei dir haben die immer nur 1 HP, wenn du sie killst. Das haben die ausgemacht. Und ich sehen kann, wie viel HP er hat. Wegen dem Ego oder wegen Teamkommunikation? Da hab ich gerade Skype gehört. Ja. Ey, wie du voll auf den Boden schießt und ihn triffst. Wegen Dauerfeuer. Wenn du Dauerfeuer machst, musst du immer weiter nach unten ziehen. Boah. Schock meines Lebens. Warum sind hier immer Katzen drin? Wir gehen nach B. Raus, Katze. Wir haben noch die Chance auf den Sieg. Ja, wir können noch gewinnen. Aber die Taktik war doch gerade ganz gut, die wir hier gemacht haben, hier mit dem Laufen. Ja, man muss sich immer ändern, weil die Gegner sich dann anpassen. Meint ihr? Auf jeden Fall. Bei mir kommen welche. Bei mir kommen welche. Ich hab sie gehört. Oh Gott, ich hab sie gehört. Oh mein Gott. Da ist einer. Bei B ist einer. Ich bin jetzt auf B schon drauf. Nein. Bei mir kommt jetzt einer gleich um die Ecke. Komm, den muss ich doch kriegen. Oh, ich camp hier übelst. Boah. Wie sie es wussten. Woher weiß der das, dass ich da sitze. Das kann doch nicht sein Ernst. Ja, liegt. Dann leg sie. Ich lade nach. Ich bin drüben auf der anderen Seite. Ich hab keinerlei Geräusche von mir gegeben. Ich bin bei dir, Marv. Ich bin bei dir. Auch wenn es dir kaum was bringt. Vielleicht erschieße ich dich sogar. Aber mal gucken. Ich bin bei dir. Hier sind nur noch zwei über. Ich geh mal hoch. Ne, ne, ne. Bleib da. Bleib da, wo du bist. Achtung, Cutters. Beide Cutters. Beide Cutters. Ja, jetzt treff ich beide und keiner stirbt. Wo sind denn die? Marv rechts von dir und Case links von dir. Ja, ja, ich weiß. Manchmal verstehe ich die. Der geht sowieso hoch. Peace. Jawohl. Schön gemacht. Okay, ich hau ab. Ja, es ist eh zu spät. Es ist zu spät. Okay, ich bin tot. Nein! Haha! Nämlich meine Waffe war ziemlich teuer, weißt du? Marv hat da geopfert. Der hat noch gerufen. Bleib du da. Bleib du da und schirm die Bombe mit deinem Körper. Denk an meine teure Waffe, Marv. Du hast sie gerettet. Vielen Dank. Die rennen aber immer in die Richtung hier rum. Da kamen gerade drei Leute bei A. Ja, ist doch gut. Die sind voll drauf reingefallen. Die sind drauf reingefallen, dass ich mich geopfert habe und mich da ins Eck gehockt habe. Die haben genau gewusst, dass ich da in der Eck sitze. Vor allem, die sind so dritt um die Ecke gekommen. Du hast dein Muster. Ich komme durch die Katastrophe jetzt hoch und durch die Trippe. Boah, da sitzen sie alle. Da sitzen sie alle. Bei B. Ja, genau, da sitzen sie alle. Boah, wie viel hält denn der aus? Bam. Dann gehen wir zu A. Komm, wir ziehen uns zurück und gehen zu A. Hier, komm. Wer lebt noch? Ich werfe noch eine Granate. So, aus Jux. Warum machst du so was? Ja, keine Ahnung. Du siehst, er hat doch jemand getroffen. Geil, du hast ihn sogar erwischt. Er sagt noch, ich werfe jetzt einfach mal eine Granate und dann trifft er ihn auch noch. Ja, ich wollte es machen, dass ich wieder da bleibe. Das nennt man Schwabenglöck. Das ist so der Schwabenbohnung. Zwei Stück Mitte. Wir sind jetzt in der CT-Base wieder. Ich bin bei A. Ihr habt den Mard jetzt ziemlich alleine gelassen, wollte ich gerade sagen. Geh mit der Bombe weiter. Stimmt da nicht. Wo sind die? Ja, Katast, CT-Spawn. Nicht auf euch schießen, jetzt seht ihr euch. Okay. Ja, der müsste jetzt dann von da oben wieder kommen. Ne, passt schon. Ich hab doch mein Schwabenglück. Meine Güte, aber ich hab mal angeschaut. Was tust du? Von oben? Ah! Von oben. Ich war um die Ecke rum. Ja, sag ich ja, das war vorhin bei mir auch. Da gehst du schon um die Ecke und du bist schon weg. Komm, das war die letzte Runde. Explodier! Ja, wir sind durch. Schade. Wir haben aber nochmal gut hier aufgeholt. Schade. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus! Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.